Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von MartinK89 und der hat den Zoo am 01.01.2020 eingesendet und ein Update am 11.01. eingereicht. Sein Zoo heißt passenderweise, das sehe ich am Speicherstand, New Year Zoo. Also ein neueres Zoo hat er gebaut. Finde ich eine sehr coole Idee. Er hat insgesamt drei E-Mails geschickt, weil er dreimal ein Update eingereicht hat. Ich lese jetzt einfach mal für euch die dritte vor und hoffe mal, dadurch wird einiges klar. Hier jetzt die dritte Einsendung meines Zoos. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Mittlerweile haben sich meine FPS verabschiedet. Dann schreibt er was über seine Hardware, das ist für euch gerade nicht ganz so wichtig. Ganz fertig geworden bin ich nicht. Das wirst du auch noch sehen, wenn du den Zoo begehst. Geplant war eigentlich noch ein asiatischer Bereich im Norden. Im Osten war eigentlich Afrika geplant und im Westen Nordamerika, Europa. Bin ich recht weit gekommen. Es fehlt hier und da lediglich noch Dekoration, aber mit den jetzigen FPS von 15 bis 25 lässt sich einfach nicht mehr komfortabel spielen. Also habe ich einen neuen Spielstand angefangen, da ich in dem jetzt eingeschickten Zoo mal mit selber bauen gute Erfahrungen sammeln konnte. Im Zoo befinden sich nur sehr wenige Workshop-Objekte, unter anderem ist das Cutterhaus und die Dekoration Steinskulpturm aus dem Workshop. Alles andere wurde selber erbaut. Selbstgebaute Sachen gekennzeichnet mit Selfmade und Workshop-Sachen mit Workshop. Die anderen zwei Zoos brauchst du gar nicht erst zu zeigen, sofern meine Zoos überhaupt ausgestrahlt werden. Würde mich freuen, bei deinem tollen Projekt mitmachen zu können und vielleicht bald schon mein Zoo bei dir im Kanal sehen zu können. Mach weiter so. Liebe Grüße, Martin. Falls ihr euch wundert, was er meint mit den zwei ersten Zoos, die er eingesendet hat, das waren beides Franchise-Spielstände. Die hätte ich sowieso nicht öffnen können, hat er dann auch bemerkt und hat dann sozusagen nochmal einen dritten Zoo gebaut im Sandbox-Modus. Finde ich sehr cool und den werden wir jetzt heute besichtigen. Ja, über einen Monat später leider, aber besser spät als nie, denn jetzt besichtigen wir den New Year Zoo. Und da sind wir auch schon angekommen im Zoo von Martin. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe übrigens die Gästeanzahl wieder auf 500 begrenzt, finde ich immer angenehmer, weil sonst stehen die halt so ein bisschen im Weg rum. Aber jetzt würde ich sagen, gar nicht lang schnacken. Jetzt geht es in den New Year Zoo, wie man da hinten auch schon erkennen kann, von Martin. Ich bin echt gespannt. Da stehen auf jeden Fall schon mal ein paar Jeeps. Und dass hier so teilweise Sachen ein bisschen kalt sind, das finde ich gar nicht schlimm. Oh, schöne Musik. Oh, es ist sehr dunkel, ne? Warte mal. Nur 7 Uhr morgens. Ich glaube, das wirst du nicht schlimm empfinden, wenn ich hier einfach mal auf Hella stelle. Finde ich immer angenehmer zu besuchen. Oh, hier rechts haben wir das erste Tier direkt. Oh. Ein grüner Inselleguan. Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Kein Albino-Leguan. Ich weiß gar nicht, warum der grüner Inselleguan heißt. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Finde ich ganz komisch. Hier sind Toiletten. Ah, hier links ist auch nochmal ein Vivarium. Boah, ist die Musik hier laut. Was ist das für ein krasser Lautsprecher? Okay, hier haben wir jetzt den normalen Grün-Leguan. Der ist auch wenigstens grün. Auch wenn er gerade mit seinem Kopf komischerweise in der Wand steckt. Keine Ahnung, was das soll. Was ist das da? Ach, das ist noch einer. Hä? Was geht denn hier ab? Ach so, der hängt da auch. Kopf in der Wand. Aber wo kommt der? Ach, das ist von ihm der Schwanz. Okay. Die hängen irgendwie beide mit dem Kopf in der Wand. Was auch immer das soll. Was macht er? Du sollst den Mülleimer leer machen, nicht alles reinstopfen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Hier ist auf jeden Fall der Eingangsbereich. Oh, wunderschön. Musik, Wasser, Springbrunnen. Viel besser geht es gar nicht. Schöner Nebel sogar auch. So dunst. Oh, sehr atmosphärisch. Wundervoll. Forest and Hills. Da geht es gleich rein. Ich glaube, das ist der fertige Bereich, den du meintest. Du meintest ja so, äh, Nordamerika und Europa hast du fertig. Ich denke mal, das wird dieser Bereich sein. Schon mal sehr vielversprechend aus. Viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. Finde ich cool. Und hier dieses wundervolle Logo. Diese Kugel ist aus dem Workshop. Die habe ich da auch schon öfter gesehen. Aber sehr schön gemacht mit dem Nebel. Mit den Düsen. Sehr atmosphärisch. Oh, hier ist sogar schon das erste Gehege. Hier gibt es nämlich Schildkrötes zu sehen. Wo sind sie? Da. Da chillen sie. Aldabra, sage ich. Ich bin so gut. Schildkröte erkannt. Okay, das ist, glaube ich, das gleiche Gehege. Das geht hier unter der Brücke durch. Coole Idee. Vorne einfach so ein paar schildige Gehege zu machen. Da hinten habe ich auch schon eins gesehen. Sieht echt cool aus hier. So, hier ist nämlich nochmal eins. Wahrscheinlich hast du hier dann die Galapagos, ne? Ja. Hier hast du die Galapagos. Riesenschildkröter. Oh, wie süß die Babys sind. Trotzdem schon voll groß, ne? Man überlegt, dass das Babys sind. Vergleich die mal mit den Menschen. Für mich sehen die aus wie so normale Schildkröten von der Größe. Das sind einfach Giganten. Heißen ja nicht umsonst Riesenschildkröter. Ach, das ist wirklich schön. Ich liebe das. Dieses Wassergeräusch ist halt immer mega nice in Kombination mit Musik. Das ist schon toll. Wir gehen mal erstmal nach rechts. Weil hier sieht das noch so am unfertigsten aus. Okay. Man sieht schon mal im Hintergrund da, da hast du irgendwas Indisches noch geplant. Asiatisches. Aber du hast ja geschrieben, FPS machen leider nicht mehr mit. Und ich kann es dir ja, ich habe es ja schon häufig mittlerweile gesagt, ist es immer am besten einfach ein Zoo zu bauen ohne fünf verschiedene Bereiche, sondern einfach nur einen asiatischen Zoo oder einen nordamerikanischen Zoo, weil das Spiel macht das halt leider nicht mit. Okay, was haben wir hier für eine Schlange? Ich sage Abgott-Schlange. Gucken, ob ich gut bin. Ich bin verdammt gut heute. Der Tierkenner, wer kennt ihn nicht? Oh, ein schönes Haus hier mit so einem Glasdach. Ein paar Läden. Diesen Weg, den sieht man auch echt selten, aber finde ich schön. Cool aus. So, das sieht mir aus wie ein Affenhaus. Oder? Ja, das ist ein begehbares Affenhaus, so wie es aussieht. Das hast du, glaube ich, aus einem Workshop, hattest du ja geschrieben. Das wird wahrscheinlich das Cutterhaus sein. War das nicht der Eingang? Hier ist der Eingang. Gehen wir mal rein. Aber cool, ne? Solche Glasdächer und so riesige Glas, wie nennt man das denn? Kuppeln? Keine Ahnung. Sowas mag ich sehr gerne. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wie dieser Gewächshaus-Style hier so ein bisschen. Wie gerade was anklopfen gehört, oder? Ne. Cooler Eingang hier auch, ne? Das ist schon cool gebaut, das Gebäude. Wo sind denn die Tierchen? Da. Da ist ein Cutter. Oh, süß. Diese Bäume hier sind auch cool, ne? Ich glaube, das sind diese Beleuchteten, oder? Ich mach mal ganz kurz Nacht. Ja, die leuchten bei Nacht. Oha, aber richtig hell. Schau mal. Wie abgespaced das aussieht. Hier ist allgemein voll cool drin beleuchtet. Nice. Also wir sollten vielleicht nachher nochmal gucken, wie das Ganze hier bei Nacht aussieht, der gesamte Zoo. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gebäude. Finde ich auch nicht schlimm, dass man sowas aus dem Workshop holt. Okay, dann gehen wir mal hier rechts, würde ich sagen, hin. Und dann gehen wir in den großen Bereich. Hier ist eine Info. Sowas ist immer cool am Parkeingang. Also ich finde diese Gebäude wirklich interessant. Die hast du cool gebaut. Weil du dieselbe gebaut hast. So, nächste Schlange, die ich erraten muss. Das ist eine gelbe Anaconda, oder? Ja. Das müsste eine gelbe Anaconda sein. Ich bin heute wirklich gut. Alle Tiere richtig geraten. Da bin ich gerade richtig stolz auf mich. Sowas ist hier. Oh, das sieht auch sehr interessant aus. Hier scheint noch irgendwas geplant zu sein. Oha. Okay, da links ist irgendwas mit Schnee auf jeden Fall. Hier ist ein riesiger Wasserfall. Also du scheinst hier noch sehr viel geplant zu haben. Ich finde es echt schade, dass die Performance bei Planet Zoo so schnell einknickt. Weil man könnte so riesig coole Zoos bauen, aber das Spiel macht es leider nicht mit. Na gut, muss man halt ein bisschen kleiner bauen. Ist ja auch nicht schlimm. So, was haben wir hier? Ah, hier ist diese Gondelfahrt. Die könnten wir vielleicht gleich mal machen. Habe ich ja sonst noch nie gemacht. Okay, hier haben wir Tapire. Schönes Gehege auch. Cool aus. Gut, hier diese Grashalme durch den Felsen. Sind vielleicht ein bisschen unrealistisch. Wird man vielleicht hier noch wegmachen können. Aber ich finde hier die Gehegebegrenzung sehr cool. Mit den Felden, mit den Baumstämmen. Dann hier die Schilder drauf platziert. Auch das sieht sehr schön aus. Das ist sogar hier mit dem neuen DLC. Ja, mega cool. Also die Begrenzung hier ist echt cool. Tolles Gehege. Ich höre schon Menschen schreien. Irgendwo ist was ausgebüxt. Ist auch cool, dass... Ich glaube, die können hier sogar rauf, ne? Ja, sieht fast so aus. Geben alle Angst, die Leute. Sind mutig. Ich gehe direkt rein ins Gehege. Ja, das ist cool, das Gehege. So, jetzt habe ich mich aber verlaufen. Okay, jetzt bin ich schon hier angekommen. Ah, ich verstehe. Wir gehen natürlich jetzt hier durch den... Äh... Die haben irgendwie ein riesiges Raubtier ausgebüxt. Die haben ja richtig Panik. Wir gehen jetzt in den Forest and Hills Bereich rein. Das ist nochmal eine schöne Info. Ein paar Grashalme. Halb so wild. Aber wieder schöne Musik für mich. Nächstes Tier, was ich raten muss. Boa Constricta. Okay, das ist nicht schwer. Das steht ja auch quasi drauf. Wo haben wir sie denn? In den Bäumen? Da ist sie. Tatsächlich. Da oben. Okay. Das war das Tapioge hier, ne? Ja. Ich habe Angst, dass ich mich verlaufe, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier nochmal schönes Geplätscher und Wasser. Und dann geht es hier schon in den nächsten Unterbereich, sage ich mal. Von Forest und... Wie ist der Bereich? Schwer vergessen. Forest und Hills, glaube ich. Beers gehen wir jetzt rein. Jetzt geht es zu den Bären. Auch sehr schön mit diesem Nebel. Also, was finde ich immer toll. Beers Area. Hast du auch alles auf Englisch gehalten? Finde ich gut. So, hier haben wir den ersten Bären. Watt, welcher ist das? Ich sag, das ist ein Grizzly. Ach, ich bin so gut. Heute ist echt mein Tag, was das angeht. Auch sehr cool gestaltetes Gehege. Hier auch schön so eine Felswand. Da oben kann man sogar auch nochmal drauf. Hier sind noch Gebäude. Da haben die in der Höhle. Hier unter können die noch. Schaut euch die an, wie große Klauen die haben. Ei, ei, ei. Oh, hier kann man sogar noch unterirdisch die angucken. Wieso ist der so hell? Ach, das sind Weibchen. Scheinen die Weibchen wohl ein bisschen heller zu sein, oder? Sieht fast so aus. Süß. Wollen wir mal nicht weiter stören. Bärchen. Ich würde sagen, wir gehen hier links lang. Hier ist übrigens ein Zugang nur für Mitarbeiter. Hier kann man die auch nochmal beobachten, die Bären. Ah, richtig cool gemacht hier, die Optik. Sehr atmosphärisch, dass man hier dann so durch so einen Gang geht. Hier ist wieder der Nebel. Und hier geht es zu der ZZZ-Tour. ZZZ? Ah, wahrscheinlich kann man... Ah, ich verstehe. ZZZ steht wahrscheinlich für Schlafen. Man kann wahrscheinlich die Tiere beim Schlafen hier beobachten. Ja, hier ist natürlich noch ein bisschen kahl und unfertig. Ah, okay. Hier hat man den ersten Einblick in die Höhle von den Grizzlies. Verstehe. Auch hier wieder schön mit dem Nebel gearbeitet. Ah, gut. Das habe ich mir schon gedacht. Hier kann man sie dann perfekt beobachten. Oh, süß. Coole Idee. Ah, es geht sogar noch weiter. Es ist ein richtig langer unterirdischer Gang. Oh, wir sind bei den nächsten Bären. Muss ich wieder raten. Ah, ich kann es erraten. Hier ran. Isabel Linus. Der Isabel-Bär. Den haben wir hier. Coole Idee, dass du hier so eine ZZZ-Tour gemacht hast. Hier kommt der nächste Bär. Das ist der taiwanische Schwarzbär, müsste es sein. Boah, ich habe bis jetzt alle richtig. Alle Tiere. Richtig gut. Oh, schöne Felsen hier. Schöne Felswand. Cool gebaut. Nice aus. So, nächstes Tier. Das ist schon wieder eine Boa Constrictor. Die haben wir gerade schon gesehen. Hier sind teilweise auch noch so ein paar Sachen kahl, aber ja, es ist halt immer unterirdisch alles zu gestalten. Es ist viel Arbeit, ne? Ist ja auch schwierig. Können wir hier die anderen Bären auch noch von vorne angucken? Wahrscheinlich schon. Ah, genau. Hier hat man jetzt den taiwanischen Schwarzbär. Den haben wir gerade von unten schon gesehen. Auch ein sehr cooles Gehge, dass man hier so hochlaufen kann. Den können wir dann trinken. Schön begrünt. Also die Bären können sich auch ordentlich zurückziehen und haben dann ihre Ruhe. Wäre gut gemacht. Und hier müssten dann die Isabelle-Bären sein. Oh, ganz schön viele. Die sind voll süß, die Babys, ne? Oh, da oben ist auch ein riesiges Gebäude. Freue mich schon, wenn wir gleich da oben lang gehen. Das wird sicherlich interessant. Okay. Weiter geht's. Äh, wo müssen wir denn jetzt weiter? Hier ist die ZZZ-Tour. Ich denke mal, wir müssen hier weiter. Genau, hier geht's dann nach oben. Ah, hier ist diese coole Wolf-Skulptur. Die hab ich jetzt schon häufig gesehen. Haben viele aus dem Workshop genommen. Sind wir denn hier? Bildschirm ist leider ausgeschaltet. Aber das ist gut. Dann können wir besser raten, was für ein Tier es ist. Oh, hier schweben so ein paar Sachen. Er ist allgemein. So ein bisschen glatter, hättest du das, glaube ich, noch machen können. Und vielleicht ein bisschen mit Felsen und sowas. Ja, hier ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, kann passieren. Ich meine, wenn man das immer von oben macht, dann ist das immer teilweise echt schwer. Ah, hier haben wir Polarwölfe. Sehr süß, ne? Oh, Baby. Niedlich. Die können sogar hier oben hoch. Ich kann leider da nicht hoch. Aber die können hier oben komplett langlaufen. Und dann haben die hier noch so einen Unterschlupf. Sehr interessantes Gehege. Ich finde das auch cool, dass du die Gehege alle so in Höhenunterschieden so ein bisschen gebaut hast. Mag ich immer gerne. Natürlich fehlt hier noch so ein bisschen Deko. Und die ein oder andere Sache ist halt ein bisschen fehlplatziert. Aber, ja, kann passieren. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Der Gang nach oben sieht auch richtig cool aus. Was fliegt denn da? Ein Luftballon. Oh, hab ich den jetzt zum Platzen gebracht? Ich hab grad draufgeklickt. Weil das ging bei, ähm, Rollercoaster früher auch immer. Wie man diese wegfliegenden Ballons platzen konnte. Das war mal cool. Ah, jetzt sind wir schon hier oben. Verstehe. Können wir von oben auf die Bärengehege nochmal schauen. Hier ist dann ein riesiges Gebäude. Gehen wir einfach mal rein. Einfach mal gucken, was hier abgeht. Okay, wieder eine gelbe Anaconda. Auch sehr interessante Position. Viele Essensläden. Ein paar Chill-Areas. Okay, hier ist Mitarbeiterkrams. Geht's auch nochmal hoch. Hier sind auch nochmal so ein paar Pressbuden. Cosmic Cow. Milchshake-Werbung. Und hier haben wir das nächste Bärengehege. Okay, das ist vielleicht, mhm, vielleicht hättest du diese Schilder eher so... Ah, ne, hier kann man auch gut reingucken, ins Bärengehege. Was ist denn das hier für ein Schild? Isabelbär. Isabelbär ist der, der unter uns ist wahrscheinlich, ne? Ja. Müsste eigentlich das Geger sein, ne? Ich sehe leider gerade keinen. Vielleicht hättest du das Schild irgendwie anders platzieren müssen, weil das nimmt halt schon viel Sicht, ne? Weil die hätte man, glaube ich, ganz gut durchgucken können. So muss man jetzt hier am Rand so stehen, hier in der Ecke. Aber es ist cool, dass man von hier oben nochmal auf die Bären hinabblicken kann. Das ist auch eine Uhr. Toiletten. Ist hier ein Mitarbeiterweg? Ne. Hier ist nochmal ein kleiner Ausguck. Finde ich eine coole Idee, aber vielleicht hättest du dir sogar noch ein bisschen ausschmücken können, diese Aussichtsplattformen. Vielleicht so ein bisschen abrunden, vielleicht ein bisschen größer machen. Gerade wenn viele Leute da sind, ist es, glaube ich, problematisch, wenn man hier nur so auf so einem kleinen, eckigen Ding steht. Finde ich aber cool. So, Zugang nur für Mitarbeiter. Da wollen wir nicht rein. So. Echt Angst, mich zu verlaufen. Oh, hier ist das nächste Ziel. Insektenhaus. Jetzt wird es schwierig, Leute. Jetzt wird es schwierig mit dem Raten, was für Tiere wir sehen. Wartet auf jeden Fall mit. Da sehen wir auf jeden Fall ein V. Cool. Auch eine coole Idee, dass du hier ein Insektenhaus baust, wo da noch wilde V herumlaufen. Oder faun. Das ist ja, glaube ich, die Mehrzahl. Goliath-Käfer. Am I right? Ich glaube schon. Ach, ich bin so gut. Da oben hängt er. Machen wir das so weg. Vielleicht sieht man ihn dann. Ja, Käfer sind sehr uninteressant. Wer interessiert sich für Käfer in so Zoos? Ich finde die total unspannend. Oh Gott, was ist das für einer? Ist das nicht auch? Nee, das ist nicht der Goliath-Käfer. Nein, meine Siegesserie geht jetzt kaputt. Ich habe keine Ahnung, welcher Käfer das ist. Riesenbockkäfer. Okay, wäre ich nie drauf gekommen. Shit. Okay, einen Fehler haben wir. Ja, der versteckt sich auch irgendwo hier. Ist mir immer egal. Ich finde Käfer halt wirklich uninteressant. So, eine Spinne. Gott. Auf jeden Fall Brasilien wahrscheinlich, wenn sie da unten ist. Ich sage brasilianische Riesenvogelspinne, weil die ist echt schon sehr groß, oder? Gibt es so viele in Brasilien. Goliath-Vogelspinne. Nein. Schade. Okay. Ich dachte, weil sie hier unten in Südamerika ist, ist es Brasilien. Aber die meisten kommen aus Brasilien. So, hier haben wir die nächste Spinne. Das ist dann aber, wenn ich sie sehen würde, wäre es einfacher. Ich sage brasilianische Riesenvogelspinne wieder. Ja, jetzt bin ich richtig. Komm, sehen sich aber auch echt ähnlich. Hier im Bild zumindest auch. Wo ist sie denn? Ja, die war doch gerade irgendwo hier. Bestimmt schon auf meinen Fuß gekrabbelt. Ich will hier raus. So, nächstes Tier. Oh, wieder ein Käfer. Da ist er. Das ist eine Schabe, oder? Eine Riesenschabe oder sowas. Sieht zumindest so aus. Australische Großschabe. Ja gut, fast richtig. Wäre ich auch nie darauf gekommen. Das ist der brasilianische Riesenläufer. Ja, ich bin gut. Also, ich habe gar nicht so viele Fehler bis jetzt. Wo ist er denn? In den Scheiben? Nö. Ihr habt wahrscheinlich schon viel weniger Fehler als ich. Was ist das? Das ist auf jeden Fall nicht Brasilien. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Insekten nicht so aus. Mexikanische Rotknie-Vogelspinne. Okay. In Mexiko hätte ich vielleicht darauf kommen können, aber Rotknie-Vogelspinne? Ne. Wo ist sie denn? Würde ich gerne sehen, aber... Hm. Na, ist auch egal. Ihr kennt ja alle die Tiere. Die nächste. Das ist die brasilianische Ab... Ne, nicht Abkotschspinne. Brasilianische Wanderspinne? Ja. Oh, ich bin gut. Wieder eine richtig. So schlecht ist es bis jetzt gar nicht. Warnung stand da. Da oben ist die. Wie soll ich die da denn sehen? Da oben hängt sie. Die will ich auch nicht in meinem Haus haben. Okay, hier waren wir schon. Ja, sehr coole Idee auf jeden Fall, so ein Insektenhaus zu bauen, wo dann auch noch V rumlaufen. Aber sind ein bisschen wenig V, oder? Ich hab jetzt nur einen gesehen. Und hier geht's dann wieder raus. Genau. Ich glaub, wir hätten jetzt so gar keine Türen reinmachen müssen. Das wär, glaub ich, dann cooler. Also läufst du halt durch so eine Wand, ne? Ich glaub, die hättest du einfach weglassen können. Hier haben wir direkt das nächste Gehiger. Auch leider keinen Fernseher an. Hast du teilweise echt vergessen anscheinend. Ah, hier haben wir Dall-Schafe. Die sind auch sehr niedlich. Aber das Gehiger sieht auch noch sehr unfertig aus, muss ich sagen. Oder hier vorn und sowas. Die Felswand hier hinten ist schon sehr gut. Aber so ein bisschen die Gehegedekoration fehlt noch. Na gut, das ist natürlich keine Sache, die man jetzt so sieht, ne? Von hier sieht man das halt nicht wirklich. Dafür hast du deswegen da auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Na gut, wenn man aber hier steht, sieht man das. Hm. Da bist du wahrscheinlich einfach nicht fertig mit geworden. Und dann sind die FPS leider eingeknickt. Geh ich mal von aus. So, was haben wir hier? Hier haben wir Rentiere. Ich finde es cool, dass du auf jeden Fall die DLC-Tiere untergebracht hast. Was machen die denn da? Das. Machen die einen Schneeball? Ach nee, das ist so eine Futterkugel. Sehr schön. Auch hier eine schöne Felsformation hier. Das hier. Fällt mir gut. Dann können die hier unten rein. Sehr coole Idee. So, ich habe mich mega verlaufen, glaube ich. Denn hier unten. Ist cool, dass man von hier oben nochmal nach hier unten in die Gehege gucken kann. Aber ich weiß gerade nicht, welches Tier das ist. Besteckt sich gerade. Kein blassen Schimmer. Sehen wir das vielleicht von hier? Da waren wir bestimmt schon gerade bei dem Gehege. Ach guck mal, das haben wir vorhin schon gesehen, das Gehege. Genau. Das war das von den Polarwölfen. Na, diese Mitarbeitereinrichtung hättest du vielleicht auch ein bisschen besser verstecken können. Ist halt nicht ganz so schön, einfach so eine leere Solarplatte da zu sehen. Wo war das denn jetzt? Hier, ne? Genau. Leider sehen wir die Wölfe gerade nicht. Oh, hier ist schon das nächste große Gebäude. Oha. Wir gehen aber erstmal hier vorne auf die Plattform. Ja, die Plattformen, die sehen sehr kahl aus. Die Idee ist cool, aber die sind noch sehr ungestaltet so. Ist halt einfach nur ein Weg nach oben. Leider keine Sitzmöglichkeiten und sowas. Oh, die haben aber ein riesiges Gehege. Schaut mal. Auch mit mega vielen Höhenunterschieden. Finde ich cool. Das ist schon nice. Oh, hier ist auch so ein Wolfenkopf. Wo geht's denn hier hin? Oha. Hier ist dieser riesige Wasserfall. Oh, da sieht man leider die Düsen so ein bisschen durch. Und ich finde auch, dass der Wasserfall so ein bisschen copy-pasted aussieht. Ich hab das ein so ein Ding gebaut und das dann einfach wieder nebeneinander platziert. Ist leider immer ein bisschen schwierig, weil das dadurch sehr unnatürlich wirkt. Können wir uns nachher auch nochmal von oben angucken. So, die sind nochmal Toiletten unterirdisch. Okay. Oh, diese Bänke kenne ich auch noch nicht. Auch ein vom neuen DLC. Hier haben wir das nächste Haus. Können wir auch rein. Oh, sehr schön der Gebäudestil hier von innen. Sieht cool aus. Alles mit dem Arctic-Paket. Oh, so viele Vivarien. Das ist hier wieder dieser Bockkäfer, oder? Oha, Entschuldigung, Leute. Der Goliath-Käfer. Ne, stimmt. Den hab ich sogar vorhin richtig erraten. Oh, wie schön das hier aussieht. Hier geht's, glaub ich, auch nochmal zu dieser Gondelfahrt. Ich weiß nicht, ob ich die gleich noch machen werde, die Gondelfahrt. Wir haben gleich nämlich schon alles gesehen. So, was haben wir hier? Hier ist nochmal so eine Schnecke. Wer sind die nochmal? Echte Achatsch-Necke. Ah ja. Bin ich auch voll öde. Wer guckt sich solche Tiere an im Zoo? Die sind doch langweilig. Ich will Otter und Erdmännchen sehen. Aber die gibt's ja leider nicht. Die sind nämlich cool. Sieht aber cool aus hier, das Gebäude, ne? Da oben geht dann die Gondelfahrt raus. Schön nice aus. Aber man sieht halt, dass noch vieles im Rohbau ist hier. Und ich hab mich total verlaufen, bin ich ganz ehrlich. Ich geh jetzt mal in die Außenperspektive, Leute. Sonst irre ich hier noch die ganze Zeit rum. Ausschildern wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So, das hatten wir vorhin gesehen. Das war das Cutterhaus. Dieser wunderschöne Eingangsbereich, der sehr atmosphärisch war. Und das ist jetzt hier der Bereich, den wir gerade besichtigen. Forest and Hills. Den Bären waren wir. Ah, hier ist auch ein Bären-Eingang. Oh, guck mal hier. Die Freiheitsstatue. Cool. Coole Idee. Oh, okay. Krass. Das ist halt so ein riesiger, riesiger Berg, wo dann diese Gondelfahrt rumfährt. Sehr coole Idee. Jetzt seht ihr das mal mit dem Wasserfall. Was ich vorhin meinte. Der sieht halt schon sehr kopiert aus, ne? Weil alle Felsen die gleiche Drehung haben und sowas. Wobei, sind die minimal anders? Hm. Er sieht auf jeden Fall sehr unnatürlich aus, finde ich. Also ich glaube, da muss man noch so ein paar mehr Ecken und Kanten reinbringen. Man sieht halt, dass der künstlich erschaffen wurde, auf jeden Fall. So. Auch cool hier diese Glaskuppel. Schon sehr interessant. Haben wir das hier gesehen? Genau. Hier waren die Dallschafe. Das waren die Rentiere. Aber interessant, ne? Das Gehege, wenn man die beiden so mal anguckt. Sind schon cool mit den Höhenunterschieden und sowas. Schauen echt toll aus. Hier war das Wolfsgehege. Wo die paar Sachen hier schweben, leider. Aber auch cool. Das geht halt von hier unten nach bis ganz hier oben. Aber ich glaube, dafür hättest du sogar noch ein paar mehr Wölfe hier reinmachen können. Wie sieht das so ein bisschen unbewohnt aus? So, ich glaube, hier waren wir auch schon alles, ne? Sieht auch alles sehr schön hier aus. Sehr schön gemacht. Es ist echt schade, dass bei dir die FPS sehr schnell down gegangen sind. Dadurch sind echt viele Bereiche noch sehr im Rohbau. Aber kann man nicht ändern, ne? So ist das halt. Sieht cool aus hier, die Station für die Gondel. Da waren wir auch gerade drin, ne? Das war dieses coole Haus, was wir auch besichtigt hatten. Oder ist das schon wieder ein anderes Haus? Ne, das müsste das sein. War ich hier drin, ne? Weiß nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, ne? Okay, ich glaube, das ist echt nur dieser Bereich, wo wir hin müssen. Dann können wir auch nochmal eben zu Fuß laufen. Würde ich fast sagen. Ich glaube, dann haben wir uns gar nicht so doll verlaufen. So, T-Git-Camp. Gehen wir nochmal in dieses Gebäude rein. Es ist ein Gehegee-Eingang hier, oder? Oh ja. Okay. Das heißt, es ist gar kein Eingang für uns. Gehen wir jetzt hier rein? Auf jeden Fall nochmal Wege. Oh, hier sind hier viele Menschen. Das ist ja schlimm. Ja, hier geht es tatsächlich rein. Hier sind nochmal ein paar Läden. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Ein paar Läden, ein paar Sitzmöglichkeiten. Und hier kann man dann schon die ersten Tiere sehen. Ah, guck mal. Hier hast du mal die Plattform so ein bisschen ausgeschmückt. Das sieht doch schon viel besser aus, ja? Cool, ja. Cool gemacht. Aber auch hier, diese Schilder, die verdecken halt total die Sicht, ne? Ist halt echt nicht so praktisch. Muss man einfach sagen. Das sind Eisbärengehege. Wie cool. Da sind die Eisbären. Schön hier mit diesen Eisfelsen und den Schneefelsen ein bisschen gearbeitet. Da hat man auf jeden Fall eine coole Sicht. Eisbären sind nice. Wäre ich richtig. Finde ich cool, dass die ins Spiel gekommen sind. Leider keine Pinguine. Pinguine hätte ich auch cool gefunden. So, ich glaube, jetzt müssen wir hier einmal außenrum. Das ist jetzt hier. Wir sind sozusagen an der Gehegebegrenzung gerade. Ah, okay. Das Gehege führt dann sozusagen da hoch. Interessant. Boah, ich weiß gar nicht, ob es hier nicht besser ausgesehen hätte. Hättest du hier keine Klippen gemacht. Ich glaube, hier hättest du einfach mit dem Terrain-Tool so ein bisschen arbeiten sollen. Weil man sieht halt, dass das hier auch wieder so ein bisschen Copy-Pastet, weil die alle die gleiche Drehung und so haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich denke schon, ne? Bisschen schade. Ich glaube, hättest du das so mit dem Terrain gemacht und dann einfach Schnee drauf, das hätte wahrscheinlich ein bisschen natürlicher ausgesehen. Und dann halt so ein paar Klippen am Rand, so wie du es hier gemacht hast. Das sieht nämlich schon ganz gut aus. Boah, was ist das denn? Ein Eisgeländer? Wow, okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja interessant. Ah, hier kann man die Eisbären beim Schlafen zusehen. Oder den Eisbären beim Schlafen zusehen. Hier können sie dann auch nochmal hoch. Sehr coole Idee. Das ist leider alles noch so ein bisschen im Rohbau hier. Und hier geht dann der Wasserfall runter. Ah, ich verstehe. Okay, das schauen wir uns jetzt auch nochmal von oben an. Leider konnten wir jetzt nicht so viel sehen. Okay, das ist aber eine interessante Idee hier. So einen riesigen Eisberg, wo dann oben so eine Skulptur steht. So ein Gletscher. Megacool. Hier oben auch so ein Iglo. Aber jetzt seht ihr das nochmal ganz gut, was ich vorhin meinte, ne? Mit diesen kopierten Felsen in der gleichen Drehung. Wenn du sowas machst, dann musst du eigentlich immer minimal zumindest die Felsen drehen, damit die sich immer... Ja, ist halt viel Arbeit, ne? Ich kenne das wohl. Gerade wenn man so schräg baut. Aber so sieht man halt, dass das alles so einzeln platzierte Felsen sind. Und alle in der gleichen Ausrichtung. Das sieht halt leider sehr unnatürlich aus. Aber eine coole Idee. Definitiv. Sehr interessantes Gehege. Oh, du hast sogar so unterirdisch hier noch solche Eisschollen gemacht. Cool. Das finde ich nice. Dass du unterirdisch dann diese Eisfelsen benutzt hast. Ich glaube, wir haben jetzt aber alles gesehen. Hm, ich glaube schon. Wurden wir nochmal bei Nacht. Okay. Wow, das sieht doch schön aus. Definitiv. Sehr schön beleuchtet hier. Gut, in dem Katterhaus waren wir vorhin. Wir fliegen mal hier nochmal so ein bisschen rüber. Immer in so ein Gebäude rein eigentlich. Uh, auch interessant. Hätte aber sogar noch ein bisschen heller sein können. Du hast jetzt hier leider nur die Schilder, die beleuchtet sind. Ist, glaube ich, ein bisschen dunkel für so eine Fressmeile für die Besucher. Oh, die sehen aber auch schön aus, wenn die bei Nacht sind. Diese Terrarien. Äh, ne, Vivarien heißen sie ja. Und wir hier. Ach, das war ein Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe echt alles gesehen. Ja, das dürfte alles aus dem New Year Zoo gewesen sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einsenden. Da haben wir richtig viel Spaß gemacht. Ist natürlich sehr schade, dass jetzt so viele Sachen noch unfertig sind und nicht dekoriert. Aber ich kenne das. Wenn man keine FPS mehr hat, dann macht das Spielen keinen Spaß mehr. Deswegen ist es sehr schade. Äh, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr ein Zoo baut, plant irgendwie was Kleineres. Baut irgendwie vielleicht nur einen asiatischen Zoo oder nur einen indischen Zoo und plant nicht irgendwie für einen Zoo zehn Themenbereiche, weil dann, das wird nicht funktionieren von den FPS, weil das Spiel hat leider keine gute Performance. Ich hoffe immer noch auf ein Performance-Update, aber wir werden uns überraschen lassen, ob das noch kommt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Falls ihr mal ein Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.